Und das, was viele vielleicht noch gar nicht so in ihrem Terminkalender vorgemerkt haben, am 19. Oktober sind Oberbürgermeisterwahlen in Heidelberg. Glauben Sie mir, es gibt schlimmere Jobs, als Oberbürgermeister in Heidelberg zu sein. Und deswegen ist dieser Job auch so begehrt. So begehrt, dass er alle acht Jahre neu ausgeschrieben werden muss. Das ist Demokratie, das ist Wahlkampf 2014 und das sind nicht etwa die Kandidaten, sondern eher Kollegen und Unterstützer, Lokalpolitiker und natürlich die Presse, hier der Vertreter der letzten verbliebenen Tageszeitung. Das, was viele vielleicht noch gar nicht so in ihrem Terminkalender vorgemerkt haben, am 19. Oktober sind Oberbürgermeisterwahlen in Heidelberg. Fischergasse 14. Mit Blick auf den nebelverhangenen Philosophenweg und wie passend auf der anderen Seite das Rathaus auf der Zielgeraden. Vor dieser Kulisse stellte der Kandidat sein Programm vor. Ein stabiles Dreieck, aus den Adjektiven aufmerksam, zuverlässig und motiviert. Wie im richtigen Leben war er dabei von Mitarbeitern, Mikrofonen und zahlreichen Kameras umringt. Längst kommen Kampagnen nicht mehr ohne Kommunikationsdesigner und Spin-Doktor aus. Der Heidelberger Wahlkampf ist jedenfalls eröffnet und der amtierende OB hat das letzte Wort. Das, was viele vielleicht noch gar nicht so in ihrem Terminkalender vorgemerkt haben, am 19. Oktober sind Oberbürgermeisterwahlen in Heidelberg.